hallo und herzlich willkommen zurück zu astrometica prolog ich gucke gerade eben was ich noch nicht gebaut habe das habe ich gebaut noch nicht benutzt so advanced ist glaube ich alles gebaut ich würde echt noch mal so ein ding bauen wollen ich noch mal drei fungos und drei fungos nur drei pilze die ich nicht habe nee habe ich nicht doch habe ich okay wenn ich jetzt so machen ein advanced chip und chip war hier drei nickel schon wieder drei nickel auch mani ich habe doch nicht mit so viel nickel an zwei drei da habe ich nur noch zwei nickel ich lass das mal weil unser strom sieht ja eigentlich ganz gut aus glaube ich achten sie ja ja unser strom sieht gut aus brauche ich nicht so man mal kosten die dinge auch nickel das hat das problem gut hier sind wir durch machines haben wir alle gebaut base building auch so ziemlich alles ne okay so jetzt wollte ich noch mal gucken was kostet hier storage upgrade da geht noch ne um erlaubt laden des systems schneller okay drei fungos ich lass mal bauen ich brauche ein chipset und drei fungos warte mal was war denn das da oben was ich bauen wollte so ja richtig habe ich noch nicht das ding wollte ich machen da mache ich das zuerst ein gold ja ich doch hin ein gold so frage ist wohin damit jetzt habe ich so ein riesen aber da ist da noch platz okay so wir gucken drin main base color ja das ist okay edge color manchmal blau so was das lila blau blau dunkelblau so was in der art lichtfarbe ja ne da mache ich die grau wie wir das denn bisschen heulich so was in der art das ist gleich dunkler geworden okay wir gucken von außen ja es hätte hellgrau hellgrau wäre cool blau ist okay hier ist ja super dunkel sowas ja geht es ist nicht ganz weiß es hat grau ja vielleicht noch ein bisschen zu dunkel geht dadurch ein bisschen lade so licht da geht nicht gut hier drin ist es eigentlich und draußen ja vielleicht noch ein ticken heller jetzt ist hier drin schön hell draußen ist es nicht ganz so dunkel aber auch nicht warte mal wenn ich die station weiß machen das kann ich ja mal testen okay ich mache die station komplett weiß ne und das licht wird ja so warte mal und gläulichen bereich schwierig das ist lila blau so ganz hellblau vielleicht das können wir mal gucken hier leuchtet nichts leuchtet gar nichts blau warum nicht doch hier schon nur draußen nicht ne eigentlich lila blau 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 irgendwie komisch die base farbe ist jetzt nicht weiß denn ernst oder habe ich die jetzt geändert main color das grün irgendwie so aber ich kann es ja hier hier gucken ja schon ja ist egal ne so geht und das ok so was fehlt uns noch was haben wir noch nicht gebaut durch machines haben wir alles gemacht so tool modification wollte ich irgendwas bauen ein cool modification das war hier so so äh ne mining tool ok kann ich da bauen mining speed habe ich nicht iridium habe ich nicht glas 2 das wird gehen äh mach ich mal zwei glas ein copper wire ok copper wire waren kupfer und eisen 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 nein habe ich nicht man ein eisen mehr nee nee ja dann geht's raus mining eisen was immer weniger wird wow muss halt alles ausprobieren hier im spiel ja ich glaube es gibt es da unten wo ich war noch mehr fungus oder fungi als mehrzahl so so wie war das jetzt mining tool hier nein was war es denn www weil ich bin testen acne mining power das hier batterie selber wir werden jetzt einfach mal das ding machen und da brauche ich noch elektronik parts war es das zwei glas okay gut zwei glasköchchen wie war das war bei quatsch ich glaube pro glas auf war hier genau so habe ich okay wird jetzt hier gebaut ich kann es ausnehmen da gehe ich da hin und mach ihr das mining tool ich das ja ein tun ja das ist ein bisschen doof ich riecht das darin jetzt habe ich es fallen lassen okay jetzt fnm modifier okay alles klar ich will aber den modifier da rein bekommen ist er jetzt drin doppelklick alles klar batterie selber sehr gut hier wäre wahrscheinlich ein riser war auch noch gut okay warte einen distance nehmen einen power ich gebe kein nickel aus das kannst du knicken mach lieber noch mal das hier ich mache noch mal zwei von denen also war mal copper war ja dann war das data transformer ich weiß es nicht mehr vergessen nein da vier glas okay ein hier unten vier glas okay so dann noch mal zwei von denen testen wir mal die frage ist wie kriegt das jetzt mit drin muss ich jetzt so das macht ich das jetzt reinpacken das neue modifier oder jetzt modifier drin lasertool nee doch doch hat er einen tool hatten mal die feier und das bild tool würde ich dann auch noch mal machen hat jetzt das bilden tool auch ein modifier bilden tool ja das ist doch gut das spart uns ein bisschen strom tolle sache okay 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 haben wir recycling machine also das kann ja unbenutzte sachen also die sachen die ich nicht brauche noch mal zurück machen ja aber brauche ich das ne dekoration was ich noch nicht ausprobiert hatte war das hier oder das ist das ding das ist das ding das ist das ding das ist das ding das ist die schmelze ja mehr gibt es doch nicht an die warte wo ist das ding da wie noch gar nichts gebaut und okay bessere benutzung der energie das schon mal gut leben leben erfolg habe ich nicht speed ne brauche ich auch nicht speed brauche ich nicht das was haben wir hier storage modul das könnte ich mal machen ne luke rüstel ich glaube den habe ich sogar noch werden wir testen das und den elektronische teile copper wire und iron ok copper wire nur kupfer hier drinnen ne da hinten ne da noch ein quark ne das war hier unten äh da ok und jetzt noch so ein äh ne crystal war da drin da da so und dann brauche ich jetzt noch sowas gold und zwei silber gold und zwei silber gold und das noch ok so kann ich jetzt zwei module bauen ne ob die da reinpassen weiß ich nicht storage modul geht so das andere war achso es wird fabriziert aber wo geht es jetzt hin das andere modul war das ne 3 achso 3 fungo fehlen noch ok 3 fungo ne wo habe ich die darin 3 fungo ne ne hab ich denn fungo ne 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 ja da ist es sehr gut jetzt teste ich mal kann ich das am moped benutzen ich glaube der hat nämlich kein slot gehabt für sowas ne hat er nicht die dann immer ans auto ich glaube der hatte so ein slot zwar auf der seite ja hier module endlich einbauen zack zack okay gut wir haben module eingebaut in ordnung in ordnung okay hier sind die module drin da sind die module drin wie mache ich hier ein bild von das ding was ich ausblenden das kleine gedönsteil da kommt es rennen okay gut gut daran bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen noch mal dahin gehabt euch gut und tschüss